Norddeutscher Rundfunk 2021 Grüß Gott, Herr Doktor! Servus, Erwin! Du musst doch noch mal über meine Füße schauen! Dann seh ich ja doch mal der Secke aus! Herr Erwin, den kann ich noch mal gewaschen! Siehste, die sagt mir aber auch, aber ich wollte doch mal eine zweite Meinung haben! Ich finde, dass wir eine bestimmte Anwendung haben! Das ist was es, der sich also bei der Anwendung von euch als die Möglichkeit und das die Anwendung wurde in einem Klavier draufgestellt! Der sich auch auf den Karten zum Video! Und das war die Anwendung von der Anwendung von der Anwendung